Herzlich Willkommen zurück in einer weiteren Folge BlackBake wieder mit alle Shiro, Craftsler, Mann aus Sachsen, Linken und Alex. So ihr Landradden, ladet die Kanonen. Ja wir sind alle im TS, ihr habt unser Schiff besetzt. So wir brauchen einen, der uns sagt wo die Piraten sind, ich die ganz nach oben auf den vorne, aber auch die Tränen ausgucken, den Ausdruck gibt es ja nicht umsonst. Ich geh hoch, 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 ich geh auf was Spitze, Alex, geht schon hoch, also, äh, am besten so, okay, nein, keine, ne, 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 okay, Captain, dann bleib ich das mal hier und dringend ein Caption. Wir haben schon wieder ein Kind an Bord, ja, Manu, warum hast du dein Kind mitgebracht? Was denn? In welche Richtung finden wir denn die ersten Piraten? Erstmal geradeauskeppen. Okay, wir segeln geradeaus. Geradeaus, ich hab Piraten am Horizont gesichtet. Alles klar, es ist ziemlich dunkel hier oben. Ein Stückchen links, Captain. Ein Stückchen links, von welcher Seite schießen wir? Wir schießen an der linken Seite, würd ich sagen. Ja. Deswegen Portside laden. Soll ich euch Uhrzeiten ansagen von oben aus, wenn wir ausgucken? Okay. Lade die linken Kanonen. Okay, die kommen schon, die kommen schon, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Das wird ein Showdown. Auf 11 Uhr sind zwei. Schön auf die Segel schießen. Ein großer auf 12, 11. Ja, Manus. Nach rechts, wenn es geht etwas. Und jetzt. Und er hat eine Vollbranche gemacht. Macht euch bereit, die bleiben stehen. Oh, wie geil das aussieht. Das war ein guter Trade. Und jetzt alle repariert. Ja, aber die haben auch ein guter Trade gemacht. Anne hat, glaube ich, sechs Leute oder so getroffen. Oh, ich bin runter. Oh, nee. An die Pumpen, bitte. An die Pumpen, an die Wasserheimer. Und vor allem an die Löcher. Ich pumpe. Ihr müsst die Löcher reparieren. Ich pumpe. Der brennende Typen setzt alles in Branden. Ihr habt das letzte Loch, hab ich. Wer ist denn der Brennende? Schmeißt den von Bord. Macht euch bereit, die vorderen Kanonen zu benutzen. Wir verfolgen das Schiff. Aber erstmal wehen an die Pumpen. Die Pumpen sind alle aktiv. Oh Gott, ey. Ich muss mal eben ein Schlückchen trinken. Einer hoch an die Segel. Jawohl, Käpt'n. Die Segel sind unter Feuer, Käpt'n. Ich pumpe hier und da kommt jemand und schüttet mir Wasser aus. Die linke Seite ist immer noch ein kleines Schiff, wenn man so ein Kügelchen über hat. Linke Seite? Ja, sehr nah dran an uns. Achso, die ist die rechte? Ich knüpfe die Segel-Neuketten. Laden! Wir müssen laden! Wir müssen laden! Ah! Segel geknüpft! Oh shit! Wir kriegen wieder die Breitseite ab! Aue! Aue, aue, Egert! Ein schöner Schuss! Der Frog, ole! Dankeschön! Jetzt eben einmal reparieren. Wir fahren um die Insel rum. Und kommen dann nochmal frisch wieder. Sieben Löcher. Oh Gott, sieben Löcher. So, jetzt reparieren schnell. Da müsst ihr auch mal die Luft anhalten. Wo haben wir denn hier noch Löcher? Die müssen alle unten sein, vorne. Hilfe? Umpegen! Was für eine unfähige Crew! Stulle, das war schön! Da! Noch ein Loch repariert! Also, wenn hier keiner repariert, gehen wir unter! Ja, ich hab auch eins! Ich pumpe! Ich kann bald nicht mehr die Luft anhalten! Jetzt ist hier Party, Leute! Das ist eine riesen Fiesta! Ja, jetzt müssen wir mal zeigen, was man kann! Pumpt schneller! Der Käpt'n macht selber Stress! Sehr gut, sehr gut! Weiter! Die sind unter Wasser! Ach du Scheiße! Gefühlt sind wir auch... Ich seh halt nichts in dieser Runde gerade! Wenn hier keiner pumpt, geht das Schiff zugrunde! Ich pumpe ja schon! Ein Loch ist noch da! Jetzt pumpt das! Alle weg! Pumpen! Pumpen! Sehr gut, Crew! Wir haben blinde Passagiere an Bord! Und jetzt haben wir Piraten an Bord! Oh shit! Ich pumpe! Das wird ein Showdown! Ja, ich pumpe! Die hauen auch wieder ab! Einer hoch an die Segel! Okay! Einer hoch! Ich hab's mehr gepumpt! Ah, der Käpt'n wollte auch einen Kill machen! Der Käpt'n wurde erschossen! Okay! Hier ist noch einer bei uns auf dem Schiff! Oh, Alter! Habe ich! Der Käpt'n holt selbst ein, ja? Und jetzt erst mal einen Tee! Schön gemütlich! Einen Tee trinken! Ich muss erst den Tee trinken, sonst wird ihr gar nicht gesteuert! Nehmt die hinteren Kanonen an die letzten Löcher! Ja! Und wir geben wieder Gas! Wo ist denn der Typ, der für die Segel eingeheuert wurde? Ja? Was ist das für einer? Was mach ich vorhin? Was ist da los, Krabs? Ich wurde eingeschossen! Drei Dublon habe ich dir für den Ausflug gegeben! Und jetzt machst du die Segel hier nicht! Ja, nein! Linke Seite! So, und jetzt zeigt mal wer hier zielen kann! Oh, ja! Sön, Mann! Oh, ja! So muss das sein! Der Käpt'n ist tot! Oh, was? Wie der Käpt'n ist tot! Oh, mein Gott! Und ein Supply's! Supply's, ich komme mit Supply! Ja, bin dabei! Aber wir drehen erst mal ab, wir reparieren das wieder! Wir sinken! Einmal Supply's da! Um retten! Bring auch noch Supply's mit! Noch mehr Supply! Kisten schleppen! So, die Supply's gehen uns langsam aus! Wir brauchen mal wen, der hier die Kisten auffüllt! Jo! Aufgefüllt! Hallo, warum wird sich hier selbst umgebracht auf meinem Schiff? Da oben ist aber auch... Ja, er hält dem Druck nicht stand, ja? Mann, Mann, Mann! Rechte Seite voll geladen wieder! So, auf der rechten Seite ist noch ein weiter Weg, aber wer sich hier sicher ist und ein guter Schütze, der darf auch gern mal so schießen! Linke Seite ist auch wieder voll geladen! Mach doch mal der scheiß Pulver! Ja, Pulver kommt! Was sagt der Ausguck? Danke! Wo ist einer aus dem Aufguck hier? Wir brauchen mal wen! Alter, ich knüpfe auch die Segel, Kevin! Welche Seite wird geschossen? Ich hab doch zwölf Mann aufm Schiff! Ja, irgendwie nicht! Das muss ja fortrichtend rechts sein, oder? Ey, welche Seite wird geschossen? Die Linke Seite wird geschossen! Ist das ein Navy Schiff, oder ist das ein... Das andere große! Das ist ein privaten Schiff! Und jetzt macht sie fertig! Das ist ein privaten Schiff! Oh fuck! Wer schießt denn da? Alle schon getrunken, oder was? Stulle auf den ist Verlass, ja! Der trifft noch! Kanonladen, Leute! Wir fahren um die Insel, und dann gibt's die nächsten Kanonen! Powder! 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 Hier rein, Powder! Oder? Oder? Also wer jetzt noch mal fehlt, der wird über Bord geschmissen! Stopfen! Stopfen! So, macht euch bereit! Linke Seite! Ich seh den Berg! Ich seh den Berg! Ich seh den Berg! Oh da! Bereit machen! Oh Gott! Das ist die Navy! Das ist die Navy! Nicht auf die Navy schießen! Nee, hier vor uns ist ein Piratenschiff! Die Navy geht unter! Rechts drüber! Bisschen rechts! Und... Feuer! Warte, 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 warte! Warte! Jetzt schießen! Jetzt macht sie nass! Die stehen gut für uns! Treffer! Schön! Powder! Losladen, laden, laden, laden! Wir haben immer noch die bessere Ausgangsposition, aber jetzt drehen sie bei! Jetzt macht euch bereit, direkt zu reparieren! Oh Gott! Und ein paar müssen schießen! Ich schieße! Ich bin deine Kanone! Ich bin deine Kanone! Ich repariere! Stopfen! Wir drehen mit denen mit! Die gehen unter! Pushen! Schießen! Die ziehen die Segel ein, das machen wir auch! Und jetzt! Feuer! Jawoll! So ist das! Supplies sind leer! Das sieht gut aus! Die stehen richtig beschissen! Ich trage jetzt das Pulver über den ganzen Wind! Wir lassen die auflaufen! Ich hole Supplies! Holt die Musketen raus! Die gehen unter! Ja, ich bin auf dem Weg! Nein, hier kommt einer mit Supplies! Richtig krasse Piraten würden jetzt rüberspringen! Jawohl, Käpt'n! Schwimmt und tötet den Käpt'n! Los, alle rüber! Nein! Wir lenken nicht mehr! Angriff! Das große Schiff, wir schaffen es! Vorne ist irgendwie ein bisschen kaputt! Was denn? Leute, wir haben vier Löcher! Ich lenke jetzt nach links, aber einer darf doch reparieren! Ich wurde von Kameraden getötet, Käpt'n! Okay! Oh, fünf Löcher, fünf Löcher! Leute, repariert das Schiff! Und wir ziehen wieder ab! Alle unter Deck! Da steht er da oben auf einer Stelle in der Position, wo keiner steht! Ich pumpe! Ich pumpe! Ja, will ich nur sagen! Ich pumpe! Ich pumpe! Ich pumpe mich! Einer noch reparieren, dann pumpen! Das war ein guter Angriff! Löcher sind weg! Wir brauchen mehr Tickets! Captain, wie sehen meine Segel aus? Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite! Rechte Seite wird geschossen? Ach ne, das Segel! Kleines Piratenschiff auf der rechten Seite! Oben Supplies! Das Segel muss ich neu knüpfen, Käpt'n! Da fühlt'n die keinen Weg umverfolgen! Oben Supplies! Kommt! Passt auf unser... Wer hat auf unser Navy-Ship geschossen? Ich hab' das genau gesehen! Einer hat aufs Navy-Ship geschossen! Der wird jetzt exekutiert! Der wird Kiel gekeilt! Oh shit! Ein Loch! Ja, hab' ich! Loch hab' ich! Fahr' jetzt rüber! Zieh' jetzt rüber! Pumpen! Pumpen! Schöne Treffer, Leute! Genauso! So läuft's! Einer dürfte gerne auch reparieren! Ja, ist... Chip ist unter Wart! Ihr Pumpen! Gönn erstmal'n Schluck rum! Einer darf gern auch reparieren! Okay! Wo sind die nächsten? Erstmal'n Schluck rum! Oh nein! Nein! Okay, Leute! Macht die rechten Kanonen bereit! Auf eurer rechten Seite geht's gleich rund! Oh Gott! Und jetzt? Wartet noch! Bereit machen! Noch weiter links! Nein, lass' ihn drehen! Der geht! Rechts drüber! Hallo! Jetzt kommt'n paar Treffer! Treffer! Ja! Wir drehen jetzt rechts bei! Nachladen! Jawoll! Oh! Los! Bevor die hinter die Insel verschwinden, muss noch einmal geschossen werden! Ja, stimmt! Wir brauchen zum Schleise! Oh, ist aber ganz schön die tiefste jetzt da hinten! Schau! Schau! Geräuscht! Los! Das geht! Auf Gleitsdaten! Ja, wo du schießt! Wir müssen hinterher! Wir müssen hinterher! Wir müssen hinterher! Wir sind zu schnell weg! Wir sind überzeugt von, aber egal! Da komm ich mal ein Käftchen trinken! Ja, stimmt ich auch! Wo ist der Kaffee? Daneben war ich glaube ich Nähmeister! Okay! Vorderkanonen sind ready! Ja! Schießen! Ihr könnt die Frontkanonen benutzen! Schöner Treffer, Konrad! Ich hab dir Kaffee gegeben! Oh, dankeschön! Ihr könnt die Frontkanonen benutzen! Ich hab den auch getrunken! Wie kann man echt so schnell rausgucken hier unten? Hier sieht man überhaupt nichts! Sehr nett! Sehr nett! Schöne Geste! Warten war ein Röntgen dabei! Schauen wir da vorne! Ein Krok! Die gehen nur, oder? Oh, vor uns! Frontkanonen! Frontkanonen! Frontkanonen können auf jeden Fall schießen! Klöner Treffer wieder von Stulle! Das gibt ne Dublone mehr am Ende! Ich hab auch schon 5 Kills, leck mich am Arsch ey! Ne, wir geht wieder unter ey! Wir haben das Team Blub hat 08, 07, ja! Was ist auf dem... Hey! Schiff! Blub! Was ist da los? Ihr geht ja nur unter! Wir haben alle süß auch noch gemacht! Loll! Lotka Süß! Haben die sich jetzt unbelangt! Oh! Die verloren kämpft! Ja Team Blub! Guckt euch das auf dem Scoreboard mal an! Was? Gar nichts! Gar nichts! Das haben die gerissen! Ja! Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht! Lasst gerne einen Like! Da schaut bei allen anderen vorbei! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Macht's gut, bis heute! Ciao! Ciao! Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö